Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, zu Hause ist, wo man seine Ruhe hat anzunehmen bei Lindy Sprungfeder in Sturmwind. Normalerweise in ganz Sturmwind, nachdem ihr die Forquest abgegeben habt. Da man aber die Forquest hier in diesem Gebäude abgibt, nimmt man sie auch da vermutlich an. Forquest war, was ist eure Spezialität? Die gibt man bei Kualang ab und dann hat Lindy gleich diese Quest hier für euch. Solltet ihr weitere Hilfe benötigen, schaut in die Videobeschreibung, dort findet ihr weitere Links zur Insel des Verwandten. Dazu gehört Nämlich diese Quest irgendwie. So, nun zeige ich euch, wo man hinlaufen muss. Die Horde hat die Stadt vor Jahren überfallen und größtenteils zerstört. Aber wie ihr seht, wurde sie wie neu wieder aufgebaut. Hä, die Horde hat sie zerstört? Ich dachte, das war Todesschwinge. Na gut. Nun darf man hier in dieses Gebäude laufen. Hier war auch die Map. Taverne zum pfeifenden Schwein. Und da bin ich auch schon. Nun mit Megan Tillmann quatschen. Und dann dieses Zahnrädchen hier. Ich möchte dieses Gasthaus zu meinem Heimatort machen. Quest ist bereits zur Abgabe, obwohl ich noch nicht bestätigt habe. Ich bestätige mal. So, Quest ist abzugeben bei Megan Tillmann im Sturmwind an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne mir auch helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnierenknopf ein. Des Weiteren findet ihr in der Videobeschreibung auch einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischaut. It's okay. Ende.